Drei, vier, fünf, wie viele Beine hast du denn? Und so begann also das große Abenteuer von Marquis und Sarapha. Du gehörst mir. Er gehört niemandem. Der Tag wird kommen, an dem wir uns wiedersehen. Was machst du da? Wo bringst du sie hin? Sarapha! Nein! Sarapha! Aber eins sag ich dir, wenn wir in Alexandria sind, nimmst du die erste Karawane nach Haus. Ist das die Möglichkeit? Alhamdulillah, da wird sich der Pasha ja freuen. Ich kann mir kein schöneres Geschenk vorstellen. Geschenk? Wir bringen Sarapha nach Frankreich. Ich hatte dich. Du liebst die Giraffe. Lass mich mit euch kommen, damit ich mein Versprechen halten kann. Bist du verrückt? Und du willst damit über das Mittelmeer fliegen? Noch dazu mit einer Giraffe? Die Idee war ein wenig verrückt. Aber um sein Land von den türkischen Belagern zu befreien, wollte der Pasha von Ägypten dem König von Frankreich um Hilfe bitten. Kommt und zählt Sarapha! Und Sarapha wollte er ihm als Geschenk überreichen. Wir sind hier doch nicht auf einem Bazar. Dann geben Sie uns Sarapha zurück. Aber Geschenk ist Geschenk. Wir sind gerettet. Und Sarapha? Wir werden abhauen, Sarapha und ich.